So, weiter geht's. Also, uh. Oh Gott, oh Gott. Ist sehr preiswert. So, aber kein Mensch hat einen Premium Pass tatsächlich, ne? Hat keine Sau. Was sagt er hier? Sagt er auch, dass es preiswert ist, aber hier kommen nicht genug Leute hin, ne? Von den 900 Leuten, die kommen hier nicht genug hin. Wird schon klappen. Wird's, glaub ich, alles noch aufteilen, ausblitten. So, ich mach dich nochmal etwas teurer. Äh, hier. Ihr meckert hier über den Preis verständlicherweise. Dann mach ich's mal so. Ich vermute mal, das liegt daran, dass du schon... Ja, du beginnst zu veralten. Dann werdet ihr auch über den Preis meckern. Oh, ne, noch nicht, aber du machst ein Minus. Warum machst du ein Minus? Das soll ja nicht so sein. Warte, dann mach ich dich nochmal teurer. Ich muss ja im Endeffekt durchgehend Plus machen, sonst ist ja ungünstig. Aber weil ich mich gerade richtig verschuldet hab, lippt das nicht so. Ich muss ja gleich gucken, was mein Goldesel macht. Das macht dich mal deutlich teurer. So. Ja, du gibst immer noch sehr viel ab, tatsächlich. Dann lass ich dich erst mal so. Ich lass dich erst mal so. So, gut. Äh, mehrere Gäste finden mehrere Läden sehr billig. Okay, also du findest, die finden dich günstig mäßig. Ich kann nicht, ich kann nicht, wobei ich kann nicht teurer machen nochmal. Die Läden muss ich echt schon auch nochmal abchecken, ne? So. Du, was sagst du, die über dich? Sieht voll aus, ich geh woanders hin, Digga. Hier ist kein Mensch. Actually, hier ist kein einziger Mensch. Naja, egal. Ich pack dich dann nochmal etwas günstiger. Mach dich jetzt noch etwas günstiger. Wir werden gucken. Wie läuft's hier? Sagen sie immer noch. Ist sehr preiswert. Schön. Dann muss ich aber etwas schneller machen. Insgesamt ist die Frage, was mach ich denn gerade? Hm, 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 hm. Mark wird 27 Millionen. Das ist eigentlich schon mal was. Ich bin dann actually immer... Schön. Ich bin immer noch richtig verschuldet. So, wie sitzen wir euch aus? Was sagt den hier? Ist immer noch sehr preiswert. Schön, schön. Mach dich schneller. Äh, äh, schnell etwas teurer. Sagt er hierüber was? Ist teuer wahrscheinlich, ne? Ähm. Nee. Aber trotzdem gehen... Das füllt sie nicht so gut. Braucht insgesamt also mehr Gäste. Äh, Toilettenblock 6 ist immer... Achso, diesen kann ich immer noch nicht erreichen. Das hab ich... Immer noch nicht... Hab ich immer noch nicht dran gedacht. Also, dann schließe ich dich... Dann schließe ich den Toilettenblock mal kurz. Du bist geschlossen und... Du bleibst geöffnet. Okay, gut. Sonst kostet der mich ja was. Äh, Lender. Ich hab's jetzt auf 400p runtergestellt im Stream. Also, sollte es jetzt auch flüssiger laufen. Vermute ich mal. Okay, ich krieg plus. Parkwertung... Oh Gott, meine Parkwertung ist echt nicht gut, ne? Die war schon mal deutlich, deutlich besser, tatsächlich. Äh, okay. Ihr wollt unbedingt Souvenirläden. Äh, für Toilettenblock 8 kann ich, äh, gerade so... So viel ausgeben. Äh, ich mach ihn mal auf 10... 10 Cent. Ja, ich stelle ja. Ich hab mich jetzt... Ich hab mich jetzt, äh, TJ weggemacht. Ich hab's jetzt, ja, TJ wieder gemacht. Nach dem... Ich bin auf die Idee gekommen, nach dem Niklas meinte, Es sei ein komischer Name. Niklas, die geile Sau. Jungs, läuft bei euch gut? Na, läuft sehr gut bei euch, ne? Mach ich nochmal... Ein klein wenig teurer. So. 900 Gäste. Ich würde mir am liebsten eine Marketingkampagne leisten wollen. Nur, wenn man auf meine Finanzen guckt, sieht man, das geht nicht. Sekunde. Mach dich mal möglichst niedrig und dich möglichst hoch. Ja, ich muss euch... Ich mach euch beide mal möglichst hoch. So werde ich zwar extreme Schulden kriegen. Aber ich denke, im Endeffekt ist das so besser. So. Aber ihr... Es zeigt immer noch, es ist preiswert. Es freut mich. Kann ich euch noch mehr Geld aus der Tasche ziehen. Und hier? Was sagt er hier? Er sagt auch, dass er preiswert ist. Ist ja echt erschmackhaft. Würde ich es mal auf 7,50 machen. 7,60 habe ich jetzt gemacht. Egal. So, und hier. Was sagt er hier? Ich mecke nicht. Du machst ein Minus. Nein, mein Goldesel. Da möchte ich mal auf 8 Euro. Bloß kein Minus machen. Na, auch ein Minus. Ich mecke, dass es teuer ist. Okay, gut. Na, weil du bist jetzt wahrscheinlich auch wieder veraltet, ne? Also du wirst verhalten. Ah, noch nicht. Okay. Und hier? Ah. Ihr meckert noch nicht. Ich mache es mal so hier. Panion Pass, wie läuft es bei dir? Na, solange du Plus machst. Okay, du machst Minus. Was denkt ihr denn? So viel ist der Premium Pass nicht wert. Ich mache noch 5 Euro. Also actually 5 Euro, das lohnt schon, ne? Also hier jetzt nicht, aber 5 Euro lohnt im Endeffekt, lohnt das schon, denke ich. Ich habe hier kein, ich habe hier kein Premium Pass hinzugefügt. Das sollte ich mal machen. Würde mir hoffentlich helfen. Das habe ich halt komplett vergessen, tatsächlich. Scheiße. Da habe ich den Eingang wieder falsch gebaut. Imagine. Ihr wisst, was ihr jetzt machen muss, tatsächlich. Und ihr wisst, dass das eine doohe Idee ist, aber... Von nichts kommt nichts. So, dann kann ich hier den... Nein. Dann kann ich hier den Premium Pass platzieren. Und dann kann ich nochmal gleich den Toilettenblock anbinden. Kann ich jetzt hier machen, dann muss das hier doch noch etwas verkürzt werden wieder. Leider Gottes. So. Und jetzt hier, Premium Pass. Möglichst nah. Ne, falsch. Ich habe es falsch rum platziert, wenn du wundert. Und Ausgang ist... Hier, und jetzt verbinde ich alles. Sehr schön. Jetzt gibt es überall Premium Pässe wieder. Damit es euch... Damit es euch allen besser geht. Und dann verbinde ich jetzt hier noch direkt das Klo. Hm. Malte, ich muss dann... Mach ich nochmal kurz hier so. So, gut. Das letzte Grässliche, was ich jetzt noch habe, gebe ich wieder... Hier, ein bisschen Busch weg aus, hätte ich gesagt. Das wird jetzt... Das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Male ein bisschen so sein. Es muss so und so alles mal gemacht... Alles gemacht werden. Und dann kann ich es machen. Also nebenbei mal machen. Zack. Bis es mir nicht mehr leisten kann. Also noch... 23 Büsche kann ich platzieren. Ist ja etwas Schönes. 23 Büsche. Räumchen tatsächlich. Hier muss sonst so alles damit zu sein. Kommt... Alles wird damit zugemacht. Und da kommen auch noch Volumen und alles rein. Im März, das wird echt schön. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe es. Wir werden sehen, ob es gut wird. Okay. So. Gut. Und jetzt noch... Das letzte... Jetzt bin ich... Endgültig habe ich total viele Schulden. Und zwar habe ich tatsächlich... Gut 13 Millionen Schulden. Wobei ich habe ein Teil schon abbezahlt. Es sind nur noch... 8 Millionen. Robi erschlagen oder 9 Millionen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut. Wenigstens habe ich jetzt auch Premium Pass da. Und etwas mehr vergrünt. Er sieht halt im März schon. Er sieht gar nicht so scheiße aus. Er sieht gar nicht so scheiße aus. Also nicht gut. Aber auch nicht allzu beschissen. Ich muss mal gucken, wie es später aussehen wird. Ich muss jetzt erst mal, wie gesagt, alle Preise ewig anpassen. Und ich glaube, die Schrecke war einfach wirklich zu lang. Mein Palm tut mich tatsächlich kein bisschen für dich. Hau vor.